Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen mein Name ist Captain Babb, dies ist das Spiele-Magazin und dies ist mein Drei-Sterne-Krankhaus. Mann, es tut mir wahnsinnig leid Leute, ich weiß nicht was passiert ist, plötzlich poppte das auf. Ich habe einfach nur noch, hier, ihr werdet es gleich sehen, ich habe nur ein paar Schönheitssachen gemacht und plötzlich, offensichtlich, hatte ich eine Heilungsquote von 90%. Und dann war es vorbei, ich konnte euch das jetzt gar nicht zeigen. Okay, wir lesen trotzdem mal. Glückwunsch, ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Tuba mit drei Sternen bewertet. Das beliebteste Touristenziel Ulrich County verfügte noch nie über eine so adäquate medizinische Versorgung. Unsere Besucher sind nun im Großen und Ganzen gesund und zufrieden und geben reichlich Geld aus. Selbst ihr Krankenhaus ist zu einer Art Touristenhochburg geworden. Bravo, mit wohlriechenden Grüßen. Und ich habe sogar noch ein Poster bekommen. Und 200 Kudos. Und ein Bonus. Ja, also irgendwas ist passiert. Keine Ahnung, ihr seht es ja selbst. Ich habe hier noch so, ich war gerade dabei zum Beispiel den hier zu platzieren. Ja, ich wollte jetzt hier gerade noch so ein Kiosk indingsen. Und hatte so einen Trophäenschrank und hier ein paar Automaten und sogar hier noch eine Aufnahme. Ja, aber ich habe sonst nichts gemacht. Kein Raum, gar nichts. Ja, ich habe einfach nur ein paar Leute ausgebildet. Und ich war sogar noch am Zweifeln, ob ich vielleicht nochmal einen Bauabschnitt kaufen muss. Weil hier ja überall schon wieder so Schlanken entstehen und ganz viele Leute hier so rumlaufen und kurz vorm Abmitteln sind. Aber scheinbar hat es gereicht. Es hat irgendwie gereicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas habe ich wohl richtig gemacht. Ohne es zu wollen. So, sei es drum. Ja, okay. Also, ich habe so das Gefühl, wir sind hier ein Stück weit durch, Leute. Wir sind hier durch. Ja, wir haben jetzt alles geschafft, was zu schaffen war. Das war's. Quarkle Bay haben wir erledigt. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, gehen wir mal zurück zur Karte. Hier, da sieht man es. Drei Sterne. In Quarkle Bay. Prima. Grund genug, sich jetzt etwas Neuem zuzuwenden. Zum Beispiel, so viel gibt es ja hier jetzt im Moment gerade nicht, aber das könnte ja noch werden. In Obergru. Nein. Wir könnten jetzt hier einfach mal weitermachen. Naheliegend wäre ja das hier. Auch wenn das ein bisschen strange ist, weil das sind ja nur so kleine Hütten. Aber da oben hat es auf jeden Fall ein Krankenhaus. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal. Was ist das? Sweaty Palms. Die schwitzenden Palmen. Das Ressort Sweaty Palms ist ein beliebter Urlaubsort für Leute, denen die häufigen Erdbeben und andere Naturkatastrophen nichts ausmachen. Okay. Halten wir fest. Erdbeben und Naturkatastrophen. Heißt für mich übersetzt, Hausmeister, die quasi im Stakkato arbeiten. Aber gut, jetzt schauen wir erst mal. Krankenhaus von Sweaty Palms. Willkommen im Ressort Sweaty Palms, einem wunderschönen Urlaubsziel. Leider wird dieses Gebiet auch von Erdbeben, vulkanischer Aktivität und anderen Naturkatastrophen heimgesucht. Und wenn man Verschwörungstheorien Glauben schenken will, gibt es dort dank der Orbi Stiftung auch Katastrophen, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Ich habe die Einstellung einiger Hausmeister empfohlen, um die Instandhaltung der Maschinen zu gewährleisten und die Trümmer zu beseitigen. Explosionen können meiner Erfahrung nach etwas erschütternd sein. Ach ja, und eine Klimaanlage würde auch entscheiden. Es ist wahnsinnig heiß. Alles klar. Da wissen wir doch schon Bescheid. Jetzt gucken wir uns erst mal alles hier so an. Das hier sind die schwitzenden Palmen. Ja, wahrscheinlich genau die zwei und die auch noch und die da auch noch. Und... Oh, Tennisplätze. Das ist ja toll. Ah, jetzt kann man gleich umfunktionieren. Das ist hervorragend. Okay. Also was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass wir hier schon mal irgendwo eine Aufnahme hin platzieren können. Am besten wäre es ja eigentlich... Tatsächlich denke ich zum ersten Mal darüber nach, hier auch mal eine richtige Aufnahme zu bauen, weil der Raum gibt es eigentlich her. Man könnte hier quasi sowas machen. Klar vergebe ich dann auch wieder relativ viel Zeit, äh Zeit, viel Platz gebe ich damit her. Aber trotzdem wäre das immerhin denkbar. Gut, jetzt lassen wir das mal noch. Wir gucken erstmal uns noch den Rest so ein bisschen an. Sind es hier vier oder drei oder wie viele? Zwei, drei. Das sind fünf. Fünf. Und das hier sind drei. Und das sind auch drei. Wie viele sind das hier? Sind es vier oder fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Vier. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Aha. Ich überlege gerade so ein bisschen. Ich glaube, man merkt es. Also, ich bin ein bisschen unentschieden. Es gibt für mich im Prinzip zwei Wege, die ich sehe. Gucken wir mal noch ganz schnell, was ich machen muss. Vorzeitige Immunifizierung soll ich heilen. Heilungsrate 60%. Krankenhauswert 750.000. Temperaturkomfort von 60. Okay. Heißt für mich. Ich brauche einen Forschungsraum. Ich brauche auch wahrscheinlich einen Schulungsraum. Ich brauche eine Art Praxis. Und bestimmt auch sonst noch ein, zwei, drei Dinge. Hm. Mache ich jetzt hier die große Aufnahme? Oder eher so wie immer? Erstmal eine kleine? Ich glaube, ich baue erst mal hier im kleinen Stil. Ich habe mir ein bisschen überlegt jetzt, hin und her. Ich glaube, ich mache das erst mal so. Also, damit habe ich ja jetzt hier schon mal eine Aufnahme. Warum habe ich die so weiter hingesetzt? Weil, weil ich hier gleich mal meine erste Arztpraxis hin donnern werde. So. Und. Und hier geht man rein in die Arztpraxis. Und da hat es dann einen Tisch und einen Aktenschrank. So. Und jetzt geht es halt wieder los. alles wie immer. Ähm. La 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 la. Wir brauchen natürlich eine kleine Klimaanlage. Machen wir gleich hinter den Patienten hin. Dann kriegt er einen schönen kühlen Arsch. Und dann gibt es noch hier einmal das da. Und weil es so schön ist, fangen wir dann natürlich auch mal an. Ach, hier geht es ja hervorragend. Weil es ein neues Poster ist, hänge ich das gleich hier. Sechsmal an die Wand. Und ich hatte noch mal ein neues Poster bekommen zuletzt, oder? War das das Einzige? Nee, da war noch mal eins. Ich hab das jetzt irgendwie versch... Ah, hier, das ist die kubistische... Das ist die kubistische Anatomie. Und das ist der Kubismus. Ah, okay. Ja, ja. Okay, aber vorher... Äh, vorher, vorher machen wir erstmal hier ein bisschen Alarm. Und gucken mal, dass wir den Raum hochleveln. Soweit es halt irgendwie möglich ist. Jetzt sind wir nämlich schon bei Stufe 4. Also wir haben gar nicht mal mehr so viel... Gelegenheit. Aber jetzt haben wir es eigentlich. So. Das hier ist ein völlig valides... Eine völlig valide Arztpraxis. Korrekt? Ich denke schon. Wie so oft werden wir davor jetzt erstmal zwei Bänke hin platzieren. Weil wir wissen ja, in relativ kürzer Zeit haben wir 3000 Patienten, die sich da den Weg versuchen, unten rein zu pressen. Und ich wiederum habe dann ein Problem. Aber jetzt machen wir das erstmal so. Das ist schon mal grundsätzlich nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall mal ein guter, guter Ansatz. So. Nehmen wir uns halt ein paar Poster. Soweit wie möglich. Und dann können wir vielleicht hier noch... Das geht nicht mehr. Dann geht das auch nicht. Aber das geht noch. So. Prima. Okay. Das war mal der erste Streich. Dann brauche ich hauptwahrscheinlich zimmertechnisch gleich mal auch eine allgemeine Diagnose. Das ist bestimmt auch kein Fehler. Und das bauen wir jetzt analog. Sprich. Okay. Die Türen versetze ich. Das ist bestimmt auch kein Fehler, wenn ich das mache. So. Jetzt pass auf. Dann drehen wir das einmal um. Und das nehmen wir jetzt erstmal so in Kauf. Was wir brauchen ist natürlich dann noch eine kleine Klimaanlage. Auch die natürlich wie gewohnt am Arsch der Welt. So. Und dann einmal hier und den Rest wieder auf die Tour. So. Und dann das da. Und dann gucken wir mal, ob wir... Ja, super. Tipp. Top. Weiter geht's. Hier. Machen wir es genauso. Stellen erstmal zwei Bänke vor die Tür. Nehmen wir ein paar Plakate. Plakate. So. Ein paar Plakate. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen vor lauter Aufregung, weil es alles so spannend ist. Alles neu. So. Großartig. Damit haben wir das gemacht. Das ist schon mal ein guter erster Plan. So. Ich würde jetzt das Ganze gerne so aufbauen, dass ich hier dann natürlich noch irgendwie weitermachen kann. Und da hinten auch. Und hier müsste ja eigentlich nochmal sehr gut nochmal so ein Dreier hinpassen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. Und die Leute können dann hier hinten quasi weitergehen, um woanders hinzukommen. Ja. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, was ich hier gerade mache, ist zumindest nicht völlig bescheuert. Aber apropos völlig bescheuert. Toiletten. Toiletten. So, jetzt muss ich kurz gucken. Hier bleibt ein Dreiergang übrig sogar. Sehe ich das richtig? Eins, zwei, drei. Ja, genau. Das ist sehr interessant. Das ist interessant. Bringt mich aber dazu, dass ich vielleicht sogar eine größere Toilette bauen könnte. Ich meine, warum auch nicht? So ungefähr. Ich versuche immer ein bisschen daran zu denken, wie ist denn das nochmal mit dem... Oh, ich könnte hier oben den Eingang hinmachen. Das wäre ja echt praktisch. Ich versuche mich die ganze Zeit zu fragen, was ist denn da mit diesen Erdbeben und so. Was könnte das für eine Auswirkung haben auf welche Zimmer? Aber hauptwahrscheinlich ist das jetzt zu viel, sich darüber Gedanken zu machen. Vermutlich werde ich der Sache so nicht auf die Schliche kommen. Tippe ich jetzt mal. So, was ich auf jeden Fall brauche hier in dem Raum, ist vermutlich eine große Klimaanlage. So. Und dann nehme ich aber noch, wie immer, ein paar Goldsternzertifikate und klemm die hinter die Kloschüsseln. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz verschenkt. Aber ich denke, es geht sich trotzdem noch aus. So, und jetzt könnte ich eigentlich tatsächlich mal übergehen zu Plakaten. Das müsste... könnte vielleicht trotzdem noch reichen. Hier wird es ein bisschen eng da hinten. Ich weiß nicht genau warum. War wie mit dem Spiegel. Aber jetzt brauche ich ja auch schon gar nicht mehr viel. Hab's schon. Das war's eigentlich schon. Jetzt können wir hier vorne noch so ein Anschlagbrett hinmachen. Ja, genau. Und... Und... Ja, komm. Zack. So, jetzt haben wir ein wunderschönes Scheißhaus. Einwandfrei. Jetzt schnappe ich mir wieder ein paar Plakatplakate. Ich muss natürlich auch für ein bisschen Entertainment sorgen noch. Das ist mir durchaus bewusst. Aber jetzt habe ich erst mal was anderes vor. Nämlich, ich baue hier erst mal eine Reihe von Plakaten auf und fange jetzt hier an, ein bisschen zu arbeiten mit zum Beispiel sowas wie einem Getränkeautomaten, einem Energydrink-Automaten und einem Snack-Automaten. Genau, das da hinten lasse ich frei. Kann man da zumindest noch dran vorbei. Wird trotzdem ein bisschen eng, aber ich glaube, es geht noch. Gut, was ich natürlich auch machen könnte auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch sagen. Ich könnte die Stelle hier so grundsätzlich mal freilassen und baue jetzt zum Beispiel mal das da hin. Das ist so schlecht nicht. Das machen wir mal. Pass mal auf, wir vermischen das sogar noch so richtig dolle und machen das so, weil den Raum da hinten, den kann ich eh nicht sinnvoll nutzen, denke ich gerade so. So, vielleicht ist es echt besser, ich baue das so zusammen und jetzt nehme ich noch einen Salz-Snack-Automaten und donnere den da hin. Ja, damit ist doch dann eigentlich in Sachen Raumauftragung schon so einiges gemeistert, oder? Täusche ich mich jetzt da. Mal noch ein paar Poster da hinten nehmen. So, wundervoll. Ja, das ist doch gut. Das ist super. So ungefähr habe ich mir das auch gedacht. Ah ja, apropos, hier, hier, machen wir natürlich auch noch was hin. Ist ja klar. So, einwandfrei. Gut, dann einmal hier einen Topf und einmal da einen Topf. Passen eigentlich zwei hin, wenn ich so ganz genau hinsehe. So, prima. Damit haben wir das gemacht. Das ist gut. Das ist alles sehr gut. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich vielleicht noch einen Pausenraum irgendwo hinschnitze. Oder ob ich sage, nee, nee, ich warte jetzt mal noch und lasse es quasi erstmal so laufen. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Aber gut, was brauche ich denn jetzt alles? Also, ich brauche auf jeden Fall mal irgendeinen Hansel, der sich auskennt mit zum Beispiel Kundenbetreuung. Schau mal an, erfüllt seinen Zweck. Zack. Das ist der. Die anderen gefallen mir überhaupt nicht, weil Marketing ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so das Riesenthema. So, hier, Davina, Davina Popper. Und 20% erhöhtes G-Tempo. Okay, also den nehme ich auf jeden Fall mal. Ähm, Entertainer. Ja, eigentlich kann der ja nichts. Davina kann zumindest ein bisschen Instandhaltung. Das ist ja schon viel wert. Okay, dann warten wir es einfach mal ab. Die haben wir jetzt ja eingestellt. Von daher, keine Ahnung, ob ich den jetzt noch einstellen will. Ich glaube ja nicht. So, Krankenpfleger wäre natürlich gut. Und da haben wir auch hier, das ist ja toll, das ist ja hervorragend. Zack. Und weil das so hervorragend ist, werden wir die junge Frau auch gleich mal ein bisschen zwangsverpflichten im Bereich der Diagnose. Zack. Da gehört die nämlich eindeutig hin. So, und jetzt wollen wir noch einen Arzt. Am besten natürlich einen Allgemeinmediziner, der zudem noch unermüdlich ist und den ich womöglich später noch in der Radiologie einsetzen kann, finde ich nicht schlecht. Hat niedrige Gehaltsvorstellungen, unermüdlich, top. So, so ungefähr könnte ich mir hier jetzt mal die Ausgangsbasis vorstellen. Alles andere müssen wir halt dann sehen. Also sowas wie Apotheke und so, das könnte man ja dann unter Umständen noch bauen. Ich glaube, ich mache das so. Ich habe das im letzten, in den letzten Let's Plays, fand ich das eigentlich ganz gut, die Sachen erst zu bauen, wenn ich weiß, worum es eigentlich geht. Das Einzige, klar, was ich noch machen muss, ist halt wahrscheinlich die Forschung. Das sehe ich ein. Da werde ich irgendwie was machen müssen. Und die Weiterbildung werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Aber das bauen wir dann alles in den nächsten Ausgaben so nach und nach. In diesem Sinne, meine Lieben, ich lasse es jetzt mal laufen. Und wir schauen dann mal, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Ich bin wahnsinnig gespannt, freue mich auf morgen und sage nur so viel, ihr seid die Besten. Bis morgen, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Die eigene Stadt, die einen Zonen-Aquarium hat Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tag Ich baue alles schon auf und mache es im Erdboden gleich Der Pass kommt von CR7, ich ziehe ab